Willkommen im Device.de. Heute werden wir uns die besten Acer Laptops ansehen. Das Acer Spin ist ein vielseitiger Chromebook, der sich besonders durch seinen 360 Grad Klappmechanismus auszeichnet. Dies ermöglicht es, das Gerät sowohl als Laptop als auch als Tablet zu verwenden. Das 13,3 Zoll Full HD Display mit Corning Gorilla Glass bietet klare und lebendige Bilder, was ideal für das Ansehen von Videos und das Arbeiten an Projekten ist. Der Snapdragon Prozessor sorgt für eine solide Leistung und unterstützt reibungsloses Multitasking. Ein Nachteil dieses Modells ist die begrenzte Anzahl an Anschlüssen. Es verfügt über nur einen USB-C Anschluss und einen USB-A Anschluss, was die Konnektivität einschränken kann. Zudem wird die Helligkeit des Bildschirms von einigen Nutzern als nicht ausreichend empfunden, was die Batterielaufzeit beeinflusst. Auch die Ladezeit und das Gewicht des Geräts können als Nachteile angesehen werden, insbesondere wenn man es lange in der Hand hält. Insgesamt ist das Acer Spin ein solides Gerät für den täglichen Gebrauch, insbesondere für diejenigen, die eine Kombination aus Laptop und Tablet suchen. Es bietet eine gute Leistung und eine flexible Nutzung, jedoch sollte man die erwähnten Einschränkungen berücksichtigen. Den aktuellen Preis und weitere Details findest du über den Link in der Videobeschreibung. Das Acer Aspire 3 ist ein großer Multimedia Laptop, ideal für den täglichen Gebrauch und leichte Aufgaben. Mit einem 17,3 Zoll Full HD Display bietet es eine großzügige Arbeitsfläche und eine klare Bildqualität. Der Intel Core i3-12-15U-Prozessor der 12. Generation sorgt für ausreichende Leistung bei alltäglichen Anwendungen und unterstützt durch die integrierte Intel UHD-Grafik. Der Laptop ist mit 8 GB DDR4-Rahmen ausgestattet, was für die meisten Anwendungen ausreicht und verfügt dabei eine schnelle 512 GB SSD, die schnelle Startzeiten und ausreichend Speicherplatz bietet. Einige Nachteile dieses Modells sind die begrenzte Akkulaufzeit von bis zu 6 Stunden, was für längere Nutzung unterwegs möglicherweise nicht ausreichend ist. Zudem ist der Laptop mit über 2,2 kg nicht der leichteste und kann auf Dauer unhandlich sein, wenn man ihn oft transportieren muss. Auch die Auswahl an Anschlüssen ist etwas eingeschränkt, obwohl wichtige Ports wie HDMI und mehrere USB 3.0-Anschlüsse vorhanden sind. Zusammengefasst ist das Aspire 3 eine gute Wahl für Nutzer, die einen großen Bildschirm und solide Leistung für den täglichen Gebrauch benötigen. Es bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist für Aufgaben wie Surfen, Office-Arbeiten und Medienkonsum gut geeignet. Weitere Details und die aktuellen Preise findest du über den Link in der Videobeschreibung. Der Acer Extensor 15 ist ein vielseitiger Laptop, der sich besonders für den geschäftlichen Einsatz und den täglichen Gebrauch eignet. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Intel Core i5-1235U-Prozessor der Generation und 16 GB Rahmen bietet er genügend Leistung für Multitasking und anspruchsvolle Anwendungen. Das 15,6 Zoll große Full HD IPS-Display sorgt für klare und scharfe Bilder, während die matte Oberfläche störende Reflexion minimiert. Die 512 GB SSD ermöglicht schnelle Boot- und Ladezeiten sowie ausreichend Speicherplatz für ihre Dateien. Ein Nachteil dieses Modells ist das Fehlen eines USB-C-Anschlusses, was die Flexibilität bei der Nutzung moderner Peripheriegeräte einschränken kann. Zudem ist die Akkulaufzeit mit bis zu 8 Stunden im Vergleich zu anderen Modellen im gleichen Segment etwas begrenzt. Das Gewicht von 1,78 kg macht den Laptop zwar tragbar, aber nicht so leicht wie einige ultradünne Alternativen auf dem Markt. Insgesamt bietet der Extensor 15 eine solide Leistung und gute Ausstattung für den Preis, was ihn zu einer attraktiven Wahl für Geschäftsanwender und Studenten macht. Mehr Informationen und die aktuellen Preise findest du über den Link in der Videobeschreibung. Der Acer Aspire 5 bietet eine solide Leistung für alltägliche Aufgaben und Multimedia-Nutzung. Ausgestattet mit einem Intel Core i3-1315U-Prozessor der 13. Generation und 8 GB RAM, eignet sich dieses Modell gut für Büroarbeiten, Webbrowsing und das Ansehen von Videos. Das große 17,3-Zoll-Display mit Full Edge-Di-Auflösung sorgt für eine klare und detailreiche Darstellung, während die matte Oberfläche störende Reflexion minimiert. Die 512 GB PCIe NVMe SSD bietet schnelle Ladezeiten und ausreichend Speicherplatz für Dateien und Anwendungen. Zu den Nachteilen gehört die begrenzte Rahmenkapazität, die auf 8 GB beschränkt ist und nicht erweiterbar scheint. Dies könnte für anspruchsvollere Nutzer, die mehrere ressourcenintensive Anwendungen gleichzeitig ausführen möchten, ein Limit darstellen. Das Gewicht von 2,09 kg macht ihn weniger mobil im Vergleich zu leichteren Modellen. Zudem könnte die Akkulaufzeit von bis zu 8,5 Stunden für einige Nutzer, die lange ohne Steckdose arbeiten möchten, unzureichend sein. Insgesamt ist der Aspire 5 eine gute Wahl für diejenigen, die ein großes Display und solide Leistung zu einem vernünftigen Preis suchen. Er eignet sich gut für den Heim- und Bürogebrauch und bietet eine gute Balance zwischen Preis und Leistung. Weitere Details und aktuelle Preise findest du bei dem Link in der Videobeschreibung. Der Acer Aspire Vero ist ein umweltfreundlicher Laptop, der Nachhaltigkeit und Leistung vereint. Mit einem Intel Core i5-1335U-Prozessor der 13. Generation und 16 GB LPDDR5-Rahmen bietet er ausreichend Leistung für Multitasking und anspruchsvolle Anwendungen. Das 15,6 Zoll IPS-Display mit Full HD-Auflösung sorgt für klare und lebendige Bilder, während die matte Oberfläche Reflexion reduziert und somit die Augen schont. Der Laptop verfügt über eine 512 GB PCI-NVMe-SSD, die schnelle Ladezeiten und genügend Speicherplatz für ihre Dateien und Programme bietet. Ein potenzieller Nachteil dieses Modells ist das Fehlen eines RJ45-Anschlusses, was die Nutzung kabelgebundener Netzwerke erschwert. Auch die maximale Rahmenkapazität ist auf 16 GB beschränkt, was für einige Power-User möglicherweise nicht ausreichend ist. Zudem kann die Akkulaufzeit, obwohl sie bis zu 17,5 Stunden betragen soll, je nach Nutzung variieren und in der Praxis kürzer ausfallen. Zusammenfassend ist der Aspire Vero eine ausgezeichnete Wahl für umweltbewusste Nutzer, die einen leistungsfähigen Laptop suchen. Er bietet eine gute Balance zwischen Leistung, Nachhaltigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Weitere Details und die aktuellen Preise findest du über den Link in der Videobeschreibung. Der Acer Swift Go ist ein leistungsstarker und vielseitiger Laptop, der sich hervorragend für anspruchsvolle Aufgaben eignet. Mit dem Intel Core i7-13700H-Prozessor der 13. Generation und 16 GB LPDDR5-Rahmen bietet er ausreichend Leistung für Multitasking, intensive Arbeitsanwendungen und Unterhaltung. Das 16 Zoll OLED-Display mit einer Auflösung von 3200 x 2000 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 120 Hz sorgt für beeindruckende Bildqualität, lebendige Farben und flüssige Bewegungen, was ideal für kreative Arbeiten und Mediengenuss ist. Einige Nachteile könnten das Gewicht von etwa 2,3 kg und die beschränkte Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden sein, was für mobile Nutzer, die den Laptop den ganzen Tag ohne Aufladen nutzen möchten und praktisch sein könnte. Zudem verfügt das Gerät über eine glänzende Displayoberfläche, die unter bestimmten Lichtverhältnissen Reflexion verursachen kann. Insgesamt bietet der Swift Go eine hervorragende Kombination aus Leistung, Displayqualität und moderner Ausstattung, was ihn zu einer idealen Wahl für Power-User und Kreative macht. Weitere Details und aktuelle Preise findest du über den Link in der Videobeschreibung. Der Acer Predator Helios Neo 16 ist ein leistungsstarker Gaming-Laptop, der auf höchste Performance ausgelegt ist. Mit seinem Intel Core i9-13900HX-Prozessor und der Nvidia GeForce ATX 4070-Grafikkarte bietet er herausragende Leistung für aktuelle Spiele und anspruchsvolle Anwendungen. Das 16 Zoll WQ-XGA-Display mit einer Bildverholrate von 165 Hz sorgt für eine flüssige und detailreiche Darstellung. Ein Nachteil dieses Laptops ist das hohe Gewicht von etwa 2,8 kg, was ihn weniger mobil macht. Zudem benötigt das leistungsstarke Hardware-Setup einen großen 330 Watt Netzadapter und verbraucht viel Energie, was die Akkulaufzeit auf nur wenige Stunden reduziert. Insgesamt ist der Predator Helios Neo eine hervorragende Wahl für Gamer, die keine Kompromisse bei der Leistung eingehen wollen. Weitere Details und aktuelle Preise findest du über den Link in der Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, gib doch einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, um keine neuen Inhalte zu verpassen. Und gerne kannst du deine Gedanken in den Kommentaren teilen. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Stöbern!